Ich grüße euch meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde oft mal gefragt, ob ich nicht einfach mal ein paar Runden Ranked Gameplay mit euch teilen könnte, weil viele nicht in den Streams dabei sein können. Ich zeichne nun meine Gameplays lokal auf während dem Stream und würde gerne mit euch eine Runde mit Pharah und Orisa auf dem SR von 3700 etwa teilen. Wenn euch solche Videos gefallen, würde es mich freuen, von euch ein Feedback zu bekommen, dann kann ich auch gerne öfter solche Videos für euch vorbereiten. Des Weiteren verbirgt sich in diesem Video an einer Stelle ein Teil eines Codewords. Blizzard verlost zusammen mit dem Overwatch-Arc-Team einen exklusiven Xbox-Sombra-Controller, einer von lediglich 48 Helden-Controllern weltweit. Und in diesem Video findet ihr einen von vier Begriffen für das Lösungswort. Die anderen drei Begriffe findet ihr in den Videos meiner Arc-Kollegen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde. Wenn ihr die Lösung also aus allen vier Wörtern gefunden habt, das ich euch im Laufe des Videos einblenden werde, könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen und bekommt die Chance, diesen Controller zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr nochmals ganz detailliert und ausführlich in der Videobeschreibung. Passt auf euch auf, euer Oleg. Haut rein! Ich wollte aus oben auf den High-Ground. Hier oben links durch. Ich komme hier aus dem High-Ground. Ich komme wieder auf Co. Ich gehe jetzt auf High-Ground. Bist du dabei? Bist du dabei? Nein, nein, nein. Ich bin beim Winx. Ich habe keine Ahnung, wo der Turret ist. Da ist ein Torbjörn hier bei mir. Er ist tot. Nee, Rotor kommt noch. Ich muss den Rotor machen. Rotor ist los. Rotor ist los. Ich habe die Anna, passt. Zur Heilung. Oh mein, hast du jetzt noch gehealt. Anna down. Tot. Wir haben keine Heiler gerade. Der Torbjörn. Kommt doch bald wieder da sein. Einhard. Tor auf Einhard. Alter. Der Einhard. Der Torbjörn schießt jetzt drauf. Ich habe halt keine Zeit gehabt, den Tor zu schießen. Ja. Oben rechts ist Turm. Oben rechts ist Turm. Ich schießt drauf. Ich schießt drauf. Five point. Okay, wir haben uns gehört. Anna, Anna, Anna. Ich habe Megvick. Soldier, 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 soldier. Stay point. Ich muss mich verstehen. Der rein, der rein, der rein. Ey, dieser Rein, der steht halt die ganze Zeit so rum. Just stay there. I will beweis. We got this, we got this. Anna, kommt, Anna, kommt. Der Anna, haben. Sehr schön. Kenji. Den Yatta und meine. Was ist das, was du holen? Zend ist tot. Zend ist tot, Zend ist tot. Ich probiere es. Musst du machen. Ich höre, ich höre. Genji behind point. Ich hab ihn Ich hab ihn Mei Mei Der Soldier hat mich verwischt X2 CP Danke für den Sub Hey Wire Ich hau mal die Halbdinge raus Vielen Dank Ich war gerade richtig in meinem Element Sorry Haben wir noch einen Preis oder nicht Oder geben wir das auf? Nö, sie haben seine Ertor Ult und alles gemacht Denken wir nicht, dass wir aufgehen Wir haben keinen Hider mehr Ich bin halt permanent out of mech Ich hab ja da jetzt 80 Ich bin tot Was ist kein Rest, ne? Ich bin 80 80 Ja Ich hab jetzt ein 1,90 Aber ich hab äh Wir haben 2 Ticks bekommen Ah ist halt abgefuckt Äh Nice group guys Aber von links gekommen Äh Was? Wir haben auch 2 Ticks Was zur Hölle? 66.6 Oh mein Gott Ach Gott wir haben 66 Nummer 3 Aber ich bin so Wait for me Wait for me Sag mir wenn du ult ist Weil dann kann ich Shield Matrix aufstehen Ja das wäre perfekt wenn wir das machen können Ich kann es probieren Ich bin halt nicht so Ich bin halt nicht so Okay Wollen wir links auf Let's go to the left hand Ja da will ich Lass ihn winst du heute Okay let's go Let's go Dive bis heute Dive bis heute I'm on I'm on Stay point Dive first Haben wir die andere? Ich hab's nicht Ich hab's nicht oder Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich brauche Hilfe, ich bin so low, ich bin so low. Let's me. Soldier, ich brauche Heidel. Mercy. Mercy? Ja, Mercy. Haben wir? Lucio haben wir? Oh, nicht schon wieder in die Bubble. Hamme, hamme, hamme. Ey, das fuckt so ab. Jetzt versteckt die sich da. Lucio low, Lucio low. Diese Runde, ganz im Ernst. Ich könnte so kotzen. Scheiß 2CP, man. Dass die das auch nicht irgendwie ein bisschen verlangsamen, dass die da rauskommen. Hamme aus dem Loch. Wenn du den auf den Highground gestellt hättest, dann könnten wir den nicht kriegen. Den Turid. Ja gut, ich will ihn da ja eh nicht lange stehen lassen, damit die nicht durchs Fenster kommen können. Weißt du? Ich kenn hier Peaks, soldier. Ich kenn damage was hier. Das ist ängste. Ich muss den jetzt schon anders setzen, damit die Farrah da nicht durchkommen. Lass den lassen wir da. Ne, ich hab schon. Hast du ihn anders gesetzt? Ja. Ja. Nein. Es wäre auch gut, wenn man sieht, wie low die Leute sind, wenn der Turid aufschießt. Also ich kümmere mich halt nur von vorne. Also ich Winstons halt hinten. Ferra, Ferra ist noch einmal. Soldiers, renn. Ich kann mich halt nicht um die Flanker kümmern. Soldiers irgendwo oben links, ne? Wolltest du nicht machen. Ja, ich geh schon. Einfach Korn. Er ist halt hinten runter. Du bist halt irgendwo ganz in der Backline. Ich geh wieder vor zu den Flankern. Ja, ich geh auch ungefähr vorne. Erlin. Winston, rechts. Winston ist bei mir. Heißt du mich? Wie gut ich kann. Ja, der mischt ist. Papa. Ich sterbe fast. Ja. Du. Nein. Kann ich gleich TP? Von mir. Ich bin tot. Ich bin tot vorne. Ja, wir haben gleich Riss. Auf dem Pokestival. Witzst du's Arf schon? Äh, mercy ist hinten, aber die verpisst sich gerade irgendwie. Die ist weggelaufen. Rain hier, Amor. Wo bist... Ah, dann. Oh, wo drüber. Die... Weiß halt nicht was. Ja. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wind ist auf dem Weg. Es ist low. Abbiegen. Armour on point. Schau mal rein! Schau mal rein! Schau mal rein! Schau mal rein! Oh was ist das gefangen? Haha Fera Top-Lin Ah nice Daria hat save ult ready Wir haben Molten Core Gut dass du's sagst Der Ding ist so Hast du rest? Hast du rest? Just stay at the main door Ich hab Lucio Kannst du resten? Ich hab den Soldat Ich hab auch noch einen Reiner Sehr schön Ich verteile Rüstung Get Armour guys I spread it everywhere Spread the word Armour Hinter dir liegt auch Armour hinter rechts Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Wind, Leute. Da kommt die GIF. TP steht. Ich nehme ihn. Wo ist der denn hingeflogen, Alter? Ich werde die Tracer kurz holen. GG, Leute. GG, Leute. Sehr schön. He is a GIF, ne? Das Grabkampfrausch, ich grüße dich. Ich feiere das voll, Risa zu spielen. Ich mag das. Ich finde Torbjörn auch richtig schön. Das hat man so einen schönen Abwechslung, weißt du? Ich bin halt nicht so gut mit Reinhard, aber Risa... Der ganze Play wird halt so richtig gemacht, weil er halt so blöder, möchte gern Engel hinfliegen. Oha. Tut mir leid, aber ist halt so. Erstmal würde ich hier lieber für ein Wind-Niveau, Leute. Andere Leute hier sind nicht so krass. Nachdenken. Und erst mal und in der Sache... Schadig, die wir hier haben. Die S всchränkungen sind nicht so krass. Es muss hier irgendwie nicht so, um...